Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play WoW BFA PvP. Heute Namta, die Strolok, auch die 400 mittlerweile geknackt, ne? Danke an den Weltboss, unter anderem feinste 415er Stücke, Arati Becken. Ich bin sehr gespannt, wie dieses BG heute mal wieder ablaufen wird, denn ich guck mal raus, das Wetter kommt wieder klar, boys. Aktuell, es ist ein bisschen kühler geworden wirklich jetzt zum und nach dem Wochenende und es wurde auch verdammt Zeit. Ansonsten hätte ich das ganze Becken mit meinem Arschwasser fluten können, das wollen wir wirklich nicht. Dann lieber Seelensplitter aufbauen, behalten, ansammeln, horten und dann in diversen Feuerregens-Chaos-Blitztieraden wieder loswerden. Das ist der Destro-Lifestyle. Wir dürfen sehr gespannt sein, haben drei Heiler mit dabei, nämlich zwei Pallys und dann bist du ein Dissi-Aller. Es ist tatsächlich ein Dissi, habe ich genau gerochen, denn ich habe dem einfach meinen Seelenstein schon gegeben, damit er nach seinem Ableben gleich wieder aufstehen kann. Aber wir werden jetzt wie groß durchballern, als wäre es das Event gegen die KI und dann haben die eh nichts mehr zu meckern. Man darf, denke ich, sehr gespannt sein, was uns jetzt hier oben gleich erwartet. Da habe ich schon ein Erdschild gesehen. Jawohl, da sind auch Heiler bei. Pass auf, wir setzen einfach mal Kataklysmus rein. Ich bin mir nur noch nicht ganz so sicher, wo. Wir haben ja auch schon selber... Dotz, hallo, 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 Slumber. Erstmal rein hier, Junge. Meine Sound-Effekte haben wieder gar keinen Bock. Der fällt auch schon um, der Kollege. Dann gehen wir mit auf den Heiler da hinten. Pass auf. Erstmal so ein bisschen die Mähnen. Die Mähnenfeuer mit rein. Genau, dann die Höllenbeste hinterher, Junge. Und dann erwarten uns die Chaos-Blitze. Freunde, ich weiß nicht wirklich, was gerade los ist. Irgendwie habe ich weder Animation noch Sound dazu. Ich weiß nicht wirklich... Oh, oh, oh. Ja, man muss sich auch nur beschweren. Dann wird das auch alles, Freunde. Man muss sich im Grunde... Ha, 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 ha. Auch nur mal beschweren. Das gibt es da gar nicht. Jetzt werden wir hier noch zurückgekickt. Aber sieht nichtsdestotrotz aktuell gar nicht mal so schlimm aus. Der läuft aus dem Kataklysmus raus. Dann bleiben wir bei unseren Chaos-Blitzen. Pass auf. Zack, Junge. Feuer ausbrunst hinterher. Gar kein Problem. Alter, sind hier gerade alle? Oder warum lädt das so langsam? Sag mal, das freust du nicht übers Wetter, weißt du? Und der Rati-Becken stirbt. Der war alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Und der Kollege wird jetzt auch gerichtet. Jawoll, gar kein Ding für uns. So, als Riedgeschoss ruhig hinterher. Was ist denn? Das scheint aber nicht nur bei mir so zu sein. Seht ihr das gerade? Guck mal, was ist denn mit dem da? Irgendwas ist doch hier sehr seltsam, Freunde. Also so lange lädt es ja bei mir nun auch nicht hinterher, oder? Der Spieler hier nicht auf dem alten Commodore. Was war das denn? Das ging da aber den anderen gerade nicht an. Habt ihr den DK gesehen? Der hat das gar nichts mehr gemacht. Da dachte ich auch... Puh. Alter, kein Problem. Ihr müsst mir jetzt einfach glauben, Leute, dass ich wirklich gerade Chaos-Blitze abgefeuert habe. Das war ja wie so ein Simulator bei Pokémon oder Final Fantasy ging es, glaube ich, auch, dass du ausmachen kannst. Bei dem rundenbasierten Gelöte, dass man jetzt die Animation sieht. Dann, ne, weil da kein Bock ist auf drei Stunden Surfer-Animation bei Rot-Gelb und Grün-Blau. Sonst war der ganze Farbschema, der ganze verdammte Ampel, ne, runtergearbeitet. Freunde, was war das denn? Hier unten geht es wieder. Guck mal, hier Arcane Geschosse. Demon Hunter. Der hat doch aber jetzt auch nur auf körperlichen Schaden entrinnen und so ein Kram, oder? Dann bleiben wir hier bei unseren kleineren Spells. Noch ein Dot mit drauf. So, Azzuridgeschoss, aller, bumm, ja. Sehr schön, was geht denn hier? Freunde, wir kriegen zwar keine Animationen, aber killst du? Da sage ich ganz ehrlich, Freunde, ganz, ganz ehrlich, von mir aus. Ganz ehrlich jetzt, von mir aus. So, was ist da mit dem Mage? Guck mal, der kriegt auch gleich hier noch. So, ziehen wir noch ein paar CDs mit rein. Oh, das schöne Dämon-Fall. Jetzt, guck mal, jetzt sehen wir es auch. Jetzt geht es hier schön in den Boden rein, ja, Wollo und weg mit dem. Das ist ja groß, alle. Aber was, was war, hä? Ist das Sägewerk verflucht oder so? Habe ich irgendwie über Nacht eine alte Grafikkarte reingeballert, Junge? Die so groß ist wie ein Leibniz-Kicks. Hör, ich kann doch nicht sagen, was das gerade war. Das verwirrt mich. Das verwirrt mich wirklich massiv. Was soll das denn noch werden, oder? Meine Güte, da kam gleich von links noch ein anderer Chaos-Blitz. Da ist der Hunter wieder auf. Freunde, was geht denn hier? Der Schaden, das ist immens. Das war ein Joke, dass wir gegen die KI spielen. Es ist wirklich eine richtige Runde. Ja, glaubt es mir, bitte. Es ist eine richtige Runde. Ich komme gar nicht drauf, klar. Ich traue mich jetzt auch nicht mehr zur Säge. Das war ja schlimm da oben, hör mal. Die Mine haben die, die haben sie sogar verteidigt. Dann holen wir die jetzt wieder, Boys, oder? Wo geht ihr hin? Bitte geht nicht Säge. Sagt mir nicht, Säge ist gerade Ink. Ach, Säge ist Ink. Freunde, es ist auch wirklich wieder ein Hin und Her, oder? Wir haben in einem der letzten Parts mit dem Feuermagier, da habe ich euch noch empfohlen, ladet keine Ameisenbären-Dokus runter. Und anscheinend mache ich es gerade selber. Ich kann es mir auch nicht erklären. So, hier ist doch kein Ink. Guck mal, die Hunter spielen schon Fallenweitwerfen. Die haben schon so viel Langeweile. Was ist das denn? Wollen wir so ein paar kleine Tore aufstellen? So ein bisschen Cricket, oder wie es heißt, ne? Hoch zu Pferde. Na, aber hallo, schön mit dem Ross. Und dann gebe ihm, ich denke, wir gucken mal Miene mit, oder? Wenn auf der Säge nichts läuft, dann gehen wir eben Miene. Aber Leute, ganz ehrlich, das macht mich immer noch fertig. Das hatte ich noch nie. Das hatte ich wirklich noch nie, dass ich weder Sounds geladen kriege, noch irgendwie Animationen. Das war ja, also, anscheinend bin ich nicht der Verwirrteste. Ich erinnere an den Todesritter, aber, hey, Freunde. Keine Ahnung. Keine, keine Ahnung, was da wieder los ist. Wir bleiben klassisch, ne? Wir gehen zurück zu Classic. Selbst da hatte man Sounds und Animationen. Wir gucken mal, ob hier unten vielleicht so ein Animateur ist, so schön am Hotelpool, so ein bisschen die Kinder animieren und die Rentner, ne? Schön, der Poolnudeltanz, Alter. Wunderbare Sache. Muss man aufpassen, in welchem Hotel. So ein FKK-Hotel, Alter, mit Poolnudeltanz. Gefährliche Sache. Jetzt gibt's erstmal Chaos-Bold, Leute. So, und dann wieder Dämonenfeuer hier daher. Wenn's überhaupt ankommt. Wenn's... Ja, das kam noch an. Das kam noch an. Ein bisschen längere Flogen. Was mit dem da links, der Hunter. Kriegt auch erstmal Feuerbrand. Pass auf, noch Arzendritgelötchen. Putzt, Junge. Hahaha. Das ist schön. So macht das Spaß, Freunde. So macht das wirklich Spaß. Guck mal, noch ein Chaos-Blitz. So, oh, guck mal, wie der schmilzt. Und verbrennt 10k auf den Nacken. Ist ja großartig. Was machen die denn, die Allis, Leute? Was machen die denn, die Allis? Guck mal, wie der da noch nachbrennt, ne? Mit unserem Verbrennen, im wahrsten Sinne. Lasst mich mal nicht deffen hier alleine. Oh, Leute, nö, ich nehm doch auf. Ich kann doch jetzt nicht... Ja, das ist, das ist lieb. Das ist wirklich lieb. Guck mal, mein lieber Larry Rogue. Ja, oder Larry Rock. Ah, der schöne Schurke mit Berzibab und sonstigen, sagen, Gesubrunn hat er da. Der kann sich einfach selbst versorgen. Ist so ein ganz autarker Typ. Liebe Leute, ich habe euch letztens eine Doku empfohlen im Kulirana-Part mit Tenendo. Das war die Pennymarkt-Reeperbahn-Doku. Ja, das ist oldschool. Ja, das ist 360p mit schwarzem Rand, aber es lohnt sich, ne? Und es gibt noch eine andere gute Doku, die wirklich auch schön ist. Und zwar heißt sie Mensch Gottfried. Wenn ihr Fan von diesen Dokus seid und bei der letzten Empfehlung dabei wart, das ist was anderes. Es ist wirklich was anderes. Da geht es auch um so einen autarken Aussteiger-Selbstversorger, aber das ist so... Aber der Dicke hat generell Probleme, oder? Der hat... Hä? Das ist ja nochmal... Boom, Azzurri. Da kann ich ja auch auf tote Tauben schießen mit einer Gatling-Gun. Das ist was... Hä? Irgendwas ist seltsam in diesem Arati-Becken, Freunde. Irgendwas ist sehr seltsam. Ja, wer sich denkt, Mensch, hier PvP, irgendwie alles ist seltsam. Ja, ich gönne jetzt schöne Doku, so ein bisschen Mensch Gottfried. Auch ganz lustige, angenehme Sache. Aber anders. Ganz anders, ja? Pennymarkt-Reeper-Doku, Freunde. Wären wir in der Schule, würde ich sagen, das sind jetzt eure Hausaufgaben. Ja, aber da ich euch hier niemals zu irgendwas verflüchten würde, außer mir bei diesem geilen Kill an dem Krieger gleich zuzusehen. Hallo, verpiss dich mal bitte. Was ist denn mit dem? Dämonenfeuer, komm. Dämonenfeuer. Azzurri-Geschoss. Was will der denn von mir? Jetzt verpiss dich doch mal, du gerade. Dann kriegst du jetzt Hellenbästchen. Pass auf, so Hellenbästchen. Ist da ein Chaos-Ball. Come on, come on. Butz! Dazu habe ich euch verpflichtet, mir zuzusehen, Boys. Ansonsten, Shoutout an alle Doku-Fans auf YouTube. Und es wird sich gegönnen. Guck mal, die nächsten Chaos-Balls. Das sind zwei Stück hintereinander jetzt auf diesen DH. Auf diesen, come on. Der kommt noch. Nein, der kommt nicht mehr. Der kam nicht mehr durch. Der rennt weg, die miese Ratte. Och, und er gleitet darüber, Junge. Och, und er gleitet direkt in seine Oma rein. Das Saarland und Alabama sind hier wieder real. Wir haben gleich schon die Hälfte der Punkte. Das ist eine super Sache. Also, kurz vor Halb, Freunde. Kurz vor Halb, geile Geschichte. Und bisher ist es hier eine einzige Schlachtbank. Hör mal, was war denn das auch mit dem Krieger gerade? Erstmal hier ein 3-Minuten-CD in seine Fresse. Chaos-Ball, weg ist er. Ich meine, okay. Es hingen ihm auch 300 Leute am Arsch. Als geht man nachts raus, schwitzt des Todes, hat süßes Blut. Und man rennt durch so einen Mückenschwamm. So muss sich das gerade für den angefühlt haben, ne? Stellt euch vor Mücken werden entweder stechen können oder Chaos-Blitze feuern, liebe Leute. Gehst du raus, da kommen so lauter kleine grüne Blitze auf dich zugeflogen. Wahnsinn. Och, guck mal, der Kollege. Das ist doch wieder der Dicke, ey. Hä, was macht? Ja, der muss doch auch Lecks haben oder so, Freunde. Das ist doch nicht normal hier heute. Ich meine, ich nehme auch gern die Kills mit. Ich schlage auch gerne auf, weiß ich nicht, Leute ein, die AFK sind und so. Bin ich ja ein ekliger Ganker zumindest einmal, ne? Campen und so, wie ist der unehrenhafter Scheiße. So einmal mitnehmen, ja? Fürs Feeling, Alter. Fürs gute Feeling, ja? Damit man seinen Kindern erzwingen kann. Damals, äh, John Sven Nagurian. Das sind so die modernen Namen, Freunde. Da musst du ja ein bisschen basteln, ein bisschen Fantasy-Bezug, ne? Damals, sag ich, im Schlingdorn-Tal, ne? Deine Mutter gegankt, Alter. Papa, wie bin ich entstanden? Richtig weggeflankt in der Arena, ja? So nach dem Motto. Sie rollte um die Säule mit ihrem Monk. Ich hab sie erstickt und dann gab es Apokalypse. So, und dann kamst du raus, mein Sohn. Oder Tochter oder Gender XY. Ja, daran muss man ja sein. Aber das ist doch nicht schön. Das ist doch nicht schön. Ich meine, wir gewinnen jetzt nicht nur, weil der DK anscheinend Lex des Jahrtausends hat und irgendwie Void Lords Rechner seinen eigenen nennt. Aber ganz ehrlich, liebe Leute, ist es seltsam. Aber so sehen wir auch ein bisschen was vom Hexer, wenn ihr nämlich weit weg steht, ja? Und nicht wie beim Krieger, da komplett eure Harz-CDs ballern müsst, um halbwegs klar zu kommen. Dann ist das super, ja? Chaos Blitz. Ich könnte jetzt hier auch noch mit Verwüstung arbeiten. Wenn wir mal mehr als ein Ziel zum Zerlöten vor uns hätten, dann splittet sich das Ganze noch auf. Kataklysmus AOE-mäßig. Überall Feuerbrand drauf. Azerit-Geschoss als Verstärkungselement einfach mit rein. Dieser unberechenbare Schaden hatten wir in den letzten Commentaries mit dabei. Dämonenfeuer kanalisieren. Auf alles noch so ein bisschen Bonusschaden, was von Feuerbrand betroffen ist. Ist einfach nur geil, ja? Ist einfach wirklich nur geil. Aber irgendwie, jetzt kommen sie uns ja schon entgegen. Hier, guck mal, wir haben schon zweispurig hier heute. Reiten wir bei dem mit, Junge. Aber dreispurig geil hier, großartig. Oder ist die Säge wieder weg? Die haben wir wieder nicht laden lassen da oben, ne? Es ist animations- und auch lustlos hier irgendwie, Freunde. Muss auch mal sein. Ganz ehrlich, es ist Sonntag, ja? Gestern gegrillt, bisschen gesoffen. Schön das Bierchen auf Nacken. Macht auch keinen Spaß, Freunde. Bei der Hitze die war. Oder egal, ob Saufen oder sonstige Sachen. Oder euren Lulli in die Bierflasche einführen. Macht alles keine Laune, wirklich. Aber wenn ihr es tun wollt, dann macht es. Es gibt, wie gesagt, auch wirklich Leute, die haben diverse Fetische. Weiß ich nicht, die Vögel in wirklich Ameisenhaufen im Wald. Na, ich letztens schon erzählt. Es ist... Von daher fühlt euch da nicht schlecht bei. Also dabei möglicherweise schon. Aber tut ja keinem weh. Außer dem Ameis. Und dann stell dir vor, bist ne Ameise und bringst so gerade deine Larven, deine Puppen weg oder so. Ne, schön die Puppen im Arm, Diggi. Was ist da los? Backstage beim Echo oder was da... Hä? Ameisen-Echo. Schönen Farid Bang und Ameis lecker. Man kennt sie. Das ist doch schon wieder diese Angst. Er slowt uns, Freunde. Er slowt uns bei der Macht von Greyskull. Und dann kommt auf einmal so ein fleischfarbenes Rohr reingefahren, weißt du. Und zwar quatsch dich, aber das ist doch auch nicht schön. Das ist wirklich nicht schön. So, Hüllenbessi ist auch wieder ready. Boom. Gleich mal unterbrochen hier im Eyebeam. Guck und dann ganz leckerlich. Äh. Bis eben habe ich den verteidigt. Bis eben habe ich ihn noch verteidigt, liebe Leute. Ganz, ganz ehrlich. Und jetzt geht er mir hier so auf den Sack. Und da vorne kämpfen die immer noch gegen den selben Demon. Sag mal, bis eben warst du mein Freund dann nicht. Jetzt ist Freundschaft vorbei, Freunde. Da reicht es dann auch. Chaosblitz. Chaosblitz. Verbrennen. Hier noch Dings hinterher. Und Azeritgeschoss. Bam. Und jetzt wird es die Mondfeuer in seine Fresse. Kanalisiert. Das war close. Freunde, bis eben wart ihr mir alle sehr sympathisch. Aber jetzt ist Ende. Jetzt ist Feierabend. Jetzt mucken die ja auf auf die letzten Meter. Weißt du, ich beschreibe gerade deutsch rappende Ameisen, die von riesigen Penissen gerichtet werden. Und was kriege ich? Einen Mönch mit Furohrfäusten oder was? Butz, Alter. Schön Chaosblitz. Oh, ich habe noch einen. Ich habe noch einen. Hält der noch so lange durch? Nein, der wird vorher zerledert. Ach, es ist auch schade, Freunde. Es ist, weißt du, da gönnst du den Leuten alles. Und dann sagen die, wann hält der endlich die Fresse mit seinen deutsch rappenden Ameisen. Und dann springen die dir alle ins Gesicht. Das kann doch nicht sein, Freunde. Das hat doch mit aufgeschlossener Gesellschaft nichts mehr zu tun. Das ist alles ganz, ganz schlimm. So, pass auf. Zack. Und den da unten. Eben habe ich noch gesagt, so jedem sein Fetisch, ja. Jeben sein Fetisch. Aber die bewerfe ich jetzt mit Ameisenhügeln. So, und dann können die Löcher zählen von den Perversen. Das ist doch alles nicht mehr schön. Wir haben es. Sie haben es gedäfft. Wir haben es geschafft, Freunde. Und wenn ihr Musik von Ameisen liebt. Und wenn ihr sagt, Mütterdissen ist für mich ein Stilelement. Und wenn ihr sagt, Mensch, jetzt mal so richtig schön unseren Hügel ölken. Dann gönnt euch mies. Und da sind wir auch wieder bei den Ameisenbären-Dokus. Ja, Freunde, so schnell kann es gehen. Das war eine sehr, sehr mysteriöse Runde. Eine wirklich sehr, sehr mysteriöse Runde. Alter, der hat elf Kills, der Verbrecher. Er ist auch grum. Ist auch grum. Ist in Ordnung. Der Destrolog. Ja, er zerstört vieles. Er lässt sich auch gern zerstören. Aber wir haben Stun. Wir haben ein bisschen Immunitäten. Dies, das. Ja, Def-CD ist noch undlöcher. Das geht schon ganz gut nach vorne. Ja, Freunde, habt eine schöne Woche. Und wir sehen uns in den nächsten Parts, wenn ihr wollt. Bis dahin. Haut rein. Shows.